Hallo, grüße euch. Heute geht es mal um ein religiöses Thema, also Religionsphilosophie heute ein bisschen. Und zwar geht es heute über Volker Gerhards Gedanken über das Göttliche. Zu diesem Thema hat Volker Gerhard in seinem Buch Der Sinn des Sinns, Versuch über das Göttliche München 2014. Einiges zu sagen. Und Volker Gerhard ist ein zeitgenössischer deutscher Philosoph. Hier habe ich das E-Book gelesen von ihm. Das halte ich mal kurz in die Kamera. So. Alle Anstrengungen ist auf die sachliche Erörterung konzentriert, die zeigen soll, wie sehr das Göttliche zu der Welt gehört, in der wir uns als Menschen zu begreifen suchen, schreibt Volker Gerhard im Vorwort zu den Absichten seines Buches. Dabei weiß er, dass sein Anliegen dies im Rahmen der Philosophie zu unternehmen heutigen Tag fast schon ein bisschen merkwürdig ist. In der zeitgenössischen Philosophie nämlich, so erzählt Gerhard, galt die Gottesfrage lange Zeit als erledigt, sozusagen als totes Thema, das keiner mehr anrühren wollte. Dabei führt für ihn der Weg zum Göttlichen, den er sozusagen philosophisch zu erweisen vermeint, anders etwa als der Weg zu einem Glauben an eine göttliche Person, die für Gerhard über bloße Philosophie nicht mehr so recht erweisbar ist, wobei der Übergang vom Erweis des Göttlichen hin zum Glauben an Gott als Person aber auch nicht gerade ein unerhörter Sprung ist, sondern sich als eher fließend, als nur noch ein kleiner und in sich schlüssiger Glaubensschritt darstellt, wenn man das Göttliche erst einmal selbst anerkannt und erfahren hat. Letztlich führt das über den Erweis, dass das Leben sinnvoll ist. Das Göttliche sieht er dann als den Sinn dieses Sinns an, wie schon der Buchtitel es aussagt. Sinn, Wirklichkeit und Wahrheit gibt es wirklich. Sie sind keine Illusionen. Die Welt als Ganzes erscheint als notwendige Voraussetzung zwischenmenschlicher Kommunikation und des Selbstverständnisses der beteiligten Individuen. Allerdings ist unser sicheres Wissen um diese Welt im Grunde gering. Und daran wird sich laut Gerhard auch nie und nimmer etwas ändern, da neue Wissensbereiche auch zugleich immer neue Unwissenheitsräume eröffnen, sodass wir tatsächlich und letztlich darauf vertrauen müssen, dass die Welt tatsächlich so ist und bleibt, wie sie sich uns erschließt. Wir glauben an die Welt, in der wir sind, so konstantiert Gerhard. Für den Autor stellt nun alles, was mit über den Augenblick hinausgehender Sinnerwartung getan wird, welches mit einem tragenden, vertrauenden Sinn des Daseins geschieht, zugleich auch eine Verbindung mit dem Ganzen der Welt her. Dieser Sinn stützt und fördert dann unsere rationale Zuversicht, der zu sein, der wir sind und der wir sein möchten und gibt uns auch die Kraft, über uns selbst hinaus zu gehen. Dieser den Lebensvollzug im Ganzen fundierende Sinn ist für ihn dann das philosophisch erweisbare Göttliche. Eigentlich das, was uns die Welt als Ganzes bedeutet. Das Ganze der Welt und das Selbst in ihrer bewussten Relation als umfassendes Ganze, so sagt er, ist das Göttliche. Klar ist dabei für den Autoren, dass der Sinn des Menschen eine Realität ist, ohne die er nicht leben kann und die seine physische, soziale, psychische, logisch-semantische und intellektuelle Existenz umfasst. Wichtig ist Gerd in diesem Zusammenhang auch besonders immer wieder zu erweisen, dass Glauben und Wissen aufeinander angewiesen sind und ohne einander letztlich ihre gehaltvolle Sinnhaftigkeit verlieren. Über den Glauben an einen persönlichen Gott beschäftigt sich Volker Gerd dann besonders noch im sechsten Kapitel seines Buches, bevor er es mit einem Beschlusskapitel endigt, in dem er sich unter anderem intensiver die Glaubensentwicklung im Leben von Charles Darwin widmet und sich des erzielten Ertrages seiner gesamten Ausführungen mit Blick auf die eigene Zeit exemplarisch zu versichern sucht. Für Gerd ist das Ganze die Generalbedingung eines jeden möglichen Sinns, der unseren Handlungen eine Absicht, unseren Worten eine Bedeutung und unserem Erleben einen Inhalt gibt. Diese Leistung nennt er göttlich, weil sie allen möglichen Verständnis zugrunde liegt, dabei selbst aber unfassbar und unergründlich bleibt. Weil es seiner Meinung nach ohne sie nichts zu verstehen gäbe, nennt er sie verehrungswürdig. Denn, so meint er, jeder Gedanke setzt die Verknüpfung von Selbst und Welt voraus, in der das Göttliche liegt. Er nennt es daher die Transzendentalie des existenziell erfahrenen Daseins, die die funktionale Bedingung unseres Selbst- und Weltverständnisses ist. Ihr verdanken mir schlechterdings alles, was für uns überhaupt Bedeutung haben kann. Es ist dies das Wunder der Einfügung aller Sinne und Begriffe in die Welt. Gerd meint nun, dass wer sich einem Sinn für das Unwahrscheinliche dieses Gelingens bewahrt hat und den Wunsch verspürt, dass er sich über das eigene Dasein hinaus fortsetzen sollt und hofft, dass das Ganze nicht nur für ihn, sondern für alle, womöglich auch im Ganzen, gut enden soll, kann zu dem Gedanken kommen, dass er in seinem Selbst- und Weltverständnis von etwas getragen wird, das alles umgreift und das göttlich genannt werden kann. Für Gerhard denken oder erfahren wir das Göttliche als das über uns hinausreichende, das uns umgreifende, alles tragende und vollkommene, als das Ganze und die Grenze alles Denkens und Wollens. Dabei wird es nicht nur als ein kaltes und bloß gegenüberstehendes Etwas erfahren, sondern als ein Etwas, das uns wirklich betrifft, das unmittelbar anspricht, angeht und bewegt. Dieses Göttliche der Welt, diese Göttlichkeit der Welt lässt dann deren Verhältnisse nicht gleichgültig, sondern hebt sie auf ein höheres Niveau und das einzelne Individuum wächst zugleich mit dieser Erfahrung mit. Das Göttliche begegnet im tätigen Austausch mit der Welt, wird aber erst in der Selbstversenkung und Selbsterkenntnis zur Gewissheit. Das Problem des Glaubens ist für Gerhard nun die Sorge, dass das Handeln tragende Sinnverlangen würde nicht zu der Welt passen. Es muss eine Konkurrenz zwischen meiner Erwartung und dem Gang des Ganzen bestehen. Das Handeln muss durch das es tragende Wissen mit der Welt als Ganzer verknüpft sein. Eine geglückte, stimmige Sinnperspektive leitet dann zum und im Guten des Lebens. Eine Einheit von Welt, Selbst und Vernunft, den eigenen Dasein bezeichnet Gerhard als optimal. Gut, das war heute etwas, ich finde es etwas schwierig zum Teil, die Gedankengänge vom Gerhard. Wie es euch damit geht, ob ihr damit überhaupt was anfangen könnt, so mit einem Versuch hier der Darstellung des Göttlichen, philosophisch das irgendwie zu erweisen. Könnt ihr was in die Kommentare schreiben, ob euch das irgendwie angesprochen hat oder ob ihr das also nicht so ganz verstanden habt. Tschüss!